Die Vokalise ist mein Lieblingsstück. Das ist so schön, da könnte ich jedes Mal weinen. Nicht, dass du noch weinst. Du, ganz ehrlich, Arbeit wartet und du siehst ja, ich muss mich noch fertig machen. Entschuldige, ich wollte wirklich nicht stören. Ist kein Problem. Wenn du magst, kannst du mich ja mal im Funkhaus besuchen. Du kannst ihr dann auch ein Stück wünschen, okay? Ich spiel, was du willst. Bis dann, ich freu mich. Ja, ich lebe mich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe mich noch nie jemandem so nah gefühlt Ich dachte, wir machen heute vielleicht was zusammen Das ist meine Ich bin Paulus Fester, Marlene Ich kann dich nicht behalten Wo ist Paula? Meinst du, sie hat es mit Absicht getan? Hey, was soll das werden, wenn es fertig ist? Lass dir doch helfen! Ich bin dein Bruder, verdammt nochmal! Du interessierst dich nur für Gespenster Du machst sie doch jetzt nur schlecht, weil du eifersüchtig bist Weil du nie warst wie sie Ich wusste gar nicht, dass Paula so romantisch war Und du bist nicht anders als die Leute, Dame? Für die da draußen bin ich unsichtbar Keiner sieht mich Und trotzdem bin ich da Du bist so schön Ich war nie wie sie Sie fehlt mir so Ich bin dein Bruder, verdammt nochmal! Untertitelung des ZDF, 2020